Junge Philipp, ich bin gerade gepräsentiert und bin wieder raus. Was? Ich verpasste schon wieder runtergeladen. Das machen wir doch alle. Ich spring einfach rückwärts runter. Ja. Yes. Konzentration, Alter. Du wirst sterben. Warte. Was? Hey, warum sind da keine Betten? Das sind keine Betten. Destroy and carry Bats, hello. Was? Achso, ich glaub, da darf man sich die Betten cheaten, kann das sein. Da cheaten wir uns einfach die Betten, okay? Okay. Pets, Minecraft, Doppelpunkt, Bär oder wie das heißt. Ja, ich hab's gut. So. Alter. Alter, du, alter, 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 alter. Tja, Philipp, so, das kommt davon, wenn man sagt, du wirst sterben. Kannst du auch das zu mir sagen? Ich werde sterben. Nö. Ich werde sterben. Komm, das schaffst du schon. Du musst sagen, ich werde sterben. Ja, dann stehst du halt. Aber nee, ich bin nicht was. Oh. Nee. So, ich mach jetzt auch mal weiter. Ei, was steht hier nochmal? 200 Sprünge. Mist. Nein. Boah, der Sprung ist da richtig eklig. Zack. Ja. Oh, wow, das ist ja eins. Alter, alter, alter. So, jetzt aber. Ja. Fuuuck. Zwei gesprungen. Ja. Warte. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, alter, ich hab Angst. Mach du weiter. Okay. Okay. Und hast du es schon geschafft? Nein, ich trau mich nicht. Nimmst du raus, ich ging einfach nicht. Ich bin da bei dem Sprung, äh, sprung, durchgesprungen, ne? Einfach durchgesprungen? Ja, aber das ist bei dir schon zufrieden. Als ich hab's geschafft. Tod? Nein, aber ich hab's fast geschafft. Als ich hab's geschafft. Oh, letzter Sprung. Ich hau dich nicht. Geh jetzt. Nein! Oh Mann! Ach, geh, Philipp! Loll, wie spät du gestorben bist. Weil mir hat's geleckt. Okay. So. Oh Mann, ich geh einfach rückwärts und fall runter. Oh, ich bin wieder hier. Nein! Autsch! Junge, Philipp! Ich bin gerade gefizient. Was? Ich hab's schon wieder runtergeladen. Ich hab's schon wieder runtergeladen. Ja! Ja! Geht's! Ja! Glückwunsch, du Arsch! Endlich! Du hast gehackt! Du hast gehackt! Was? Wurde in den Gratis-Modus versetzt. Hä? Philipp, das gibt einen Joker weniger. Aber scheiß. Das war ein Joker, Philipp. Entweder du probierst das jetzt nochmal, oder es ist ein Joker. Hm? Nein, das macht mir Angst. Philipp, deine Entscheidung. Aber wie gesagt, wirst du's grad eben nicht gemerkt, als ich's angemacht hab. Ja, ich hab' nicht, aber ich guck' nicht in meinem Chat. Sei jetzt. Egal, du hast'n Joker weniger, okay? Was? Ja, du hast'n Joker-Cheated. Nein. Doch, du warst im Creative-Modus. Wo steht das? Wo steht das? Bist du da auf? Jetzt glaub ich das nicht. Ich hab' nicht lügen, aber. Wer lügt denn auch noch? Okay, ein Joker weniger. Okay. Zwei. Drei. Das geht auch gar nicht, stimmt. Ich glaub' hier muss man durchspringen. Oh. Oh. Bei Eis rutscht man so. Uiuh. Ja! Dann glaub ich die Eis. Nein! Was hast du verdient? Loll. Philipp, du Arsch, nicht mehr. Das hast du selbst geschrien. Liebe dich, Alter! Ich liebe dich, ich. Schwuli. Nein, aber Philipp, ey, das geht's doch nicht. Aber das wär' geil. Wir sind gleich, ich darf dich gestorben. Machen wir das nochmal? Nein, aber Philipp, ey, das geht's doch nicht. okay gut tschüss ich bin auch gestorben ich bin auch gestorben, hallo? und gut, jetzt mach ich mach scheiße fast warte ich push dich wieder, ok? du musst noch mal auf mich warten also du wolltest gerade los springen ich glaub das ich wollte dich pushen, aber du sprichst dann nicht dir schon aufgepushter Wunder wo der geschossen mit diesem Einsprung und das ist eigentlich auch nicht immer man muss genau auf der Ecke ich hab schon den Arsch ah ja, endlich ja ja Philipp, ich glaube jetzt kommen deine Grenzen ums Werk, oder? deine Mutter ist auf dem auf der Grenze bzw. auf dem Strich wieder auf dem Block zerstörst und nicht mich schlägst das war noch ein bisschen Rache, ne? alter, du lässt denn da noch hoch? willst du mich verarschen? ich hab dir gleich gesagt, dass das ein Megaprojekt wird aber manchmal ist das bei mir so ich brauch dann einfach mal eine Pause aber steh's da? da ja ne? Wenn du das ausbessst... Jura! Ja! Fuck, das Schild irritiert. Das war geil. Fuck, geil. Das war richtig eklig. Schlecht, Alter. Ekelig. Und jetzt einmal... Uuh! Freu dir nicht. Das weißt du schon. Ich trau dir auch nicht. Du standest zu gut, Alter. Seine Mutter stand gut. Ich trau dir nicht mehr. Okay, jetzt ist der Wegquitt. Fuck, den Block komm ab und scheiße. Ja! Nein! Gut, jetzt aber... Du wartest auf mich, oder? Was? Ja, okay. Nichts. Eins, zwei, drei... Okay, durchspringen ist wahrscheinlich nicht das Beste. Philipp! Wie war es? Wie war es? Nichts! Wie war es, ich lass sonst. Oh, wow. Okay. Warte mal, bei mir leckts grad. Gut, wir sind jetzt wirklich quidd. Warte, bei mir leckt's auch grad. Oh... Wie ist das? stehen wo stehst du überhaupt 5 die Allianz verlasten welche das geht aber ich habe mal ein Stück Tor gespielt und das war so leicht gut noch mal ich muss erst mal neu starten das ist eigentlich mein Kraft Reams das ist ein das sind Server von Mojang die und bei den Servern der Säße ist sowas in der Klappe also klar ne weißt du der erste dessen Server von Mojang die was bereitgestellt werden die Kosten glaube ich auch was aber zu joinen ist kostenlos und da kann man noch automatisch Minigames draufladen und so weiter wie automatisch ja zum Beispiel eben irgendwie so ein Burkampf geil das heißt sowas die One in Chamber oder so ne One in Chamber nicht also Plugins nicht aber Maps halt die was meistens aus Kommando Blumen stehen oh Nudelwasser ey ohne Scheiß Nudel Martin heißt das dann wird das Nudel Martin Philipp herzlichen Glückwunsch ich hab's geschafft Arsch Nudel da steht echt Nudel Martin ich hab nur Nudelwasser jetzt einfach so Spaß gesagt vielleicht das nächste Schild ist noch besser ich bin Philipp ist ein Noob oder was du kannst das lesen echt jetzt warte steht das da haha Noob steht da ich bin schon wieder bei der nächsten Stage jetzt hol ich ein bisschen auf fuck die Icejumps sind so easy also warum schaff ich das nicht du stehst da einsam und alleine boah alter deine Mami deine auch alter deine Mami die mir richtig entblägt ist immer Scheiß wo Philipp ja gar nicht nett versauten wir erreichen bald die 200 weil wir eigentlich mal überhaupt mal oh ich schaff das nicht ein Thema irgendwie ansprechen ein Thema ja ich mein wenn wir hier hier schon die ganze Zeit labern meine ich ja man kann auch mal ein Thema irgendwie ansprechen ok ich guck mal nach oh ja oh jo du bist nicht so weit hinten also ja da kann man einfach immer nehmen weil sie ein bisschen labern wessen ich guck dich dabei an dass der auch was zu sehen haben warm 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 guck mal was gibt's noch was gesehen so für Sachen auch ich habe so ein bisschen geschafft ein Weltwunder ja ho 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 wow 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 ok gut NEIN kacke ok ok Philipp ok eine Frage an dich welches Wort benutzt du am häufigsten ja ich ja ich auch eigentlich oder fuck fuck ne eher nicht ich glaube hier so shit oder so ne Mist oder ficken oder ne Spaß oder nein ja oder nein benutze ich eng sehr oft also hast du jetzt so ne Fragenliste irgendwie ja ich habe jetzt einige Fragen ne bei askfm habe ich einfach Zufallfrage ok ok eine Frage ist das Internet besser als real als die reale Welt das könnten wir jetzt eigentlich als Thema nehmen oder ja also ich würde ne ich finde irgendwie nicht ja gut jetzt haben wir schon beantwortet das können wir genau machen das Internet besteht aus Daten und Zahlen und Codes und so ich finde man sollte realisieren was Internet ist und was im richtigen Leben stattfindet finde ich jetzt so ja also bei mir ist das so früher habe ich eigentlich immer nur da wusste ich gar nicht dass ein PC auf der Welt gibt ja damals hat man immer noch die ganze gespielt und jetzt weißt du genau und jetzt ist man PC und seit neuestem habe ich herausgekommen dass Waveboard fahren richtig cool ist also Waveboard nicht Longboard sondern Waveboard wenn wir auch schon mal gefahren kriege ich aber nicht weil ich habe hier eins vor zwei Jahren bekommen das ist ein nächstes Jahr ich würde gerne auch mal so Longboard das ist so nicht zu meiner Stange also ich würde gerne auch mal Longboarden irgendwie ja ich würde auch gerne generell mal so irgendwas wie Inliner oder so Fahrrad fahren da ist mein Fahrrad im Arsch und das ist viel zu klein geworden ich bin so lange nicht mehr Fahrrad gefahren das glaub man gar nicht obwohl man in meinem Alter eigentlich noch hauptsächlich Fahrrad fahren sollte ja ich fahre jetzt sehr oft Waveboard das ist richtig cool ich fahre täglich auf der Terrasse aber weil die Straßen auch nicht gekehrt wurden von den Steinen das ist kacke kann ich da noch nicht recht gut fahren von uns sind sie schon geteilt wir wohnen direkt an der Hauptstraße wow das ist kacke also bei uns bei der Hauptstraße sind die auch schon weg aber bei der Nebenstraße noch nicht und nebenbei aber ich finde ich schaff den scheiß Sprung nicht achso und by the way abonniert mich ich hab halt 100 Abonnenten nein Spaß doch tut das alter ja mir fehlen noch vier ich freue mich schon auf seinen Abonnenten Special ja aber ich weiß gar nicht was ich da machen soll ok ok konzentration konzentration na ok 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 scheiße was würdest du am liebsten auf deiner Welt ändern am liebsten auf der Welt ändern ja also ich würde gerne den US-Präsidenten nicht wahr also auf der Welt ändern würde ich dass es den Krieg mehr gibt ja das würde ich auf jeden Fall das ist eigentlich Standard oder und dass die Welt nicht mehr so schwer ist und das beziehungsweise dass man schon alles weiß äh dann gut das ist ja eher sowas Persönliches das ist ja so aber so dass das alles nicht mehr so schwierig ist von den Finanzen her und so weißt du aber es kann ja das ist alles nicht so kompliziert ist und dass da dass man nicht so dumm sind und einfach wegen zum einfach nur dummes Sachen Krieg anfängt das ist richtig kacke und behindert naja ich hab den Sprung erst mal geschafft ich war grad vor kurzem Ziel hm nein hm letzte Sprung ach verkackt oh Mann Philipp das ist so schwer dass du mich noch einholst bist du nicht schon weiter also ne ich bin hier also hier war ich jetzt schon aber du bist schon mal weiter gekommen oder nein oh das gibt's doch nicht war bei dem ein Sprung du hast hier 200 du hast hier 200 hihihi alter gill was ist gill hey warten wir kurz wenn man im Bett liegt kann man richtig gut spamen ne ich will gekickern hihihi hihihi Mist ok ich hab kein plugin drauf bei Jens ist das so oder ist das das sag verdammt egal so das bei Jens so hab ich noch ne Frage er sagt nee die Frage ist scheiße glaubst du aussehliche ja natürlich also jetzt nicht an Elend mit drei Augen 14 Händen und zwei Füßen und ein Pimmel und drei Pimmeln ich glaube das ist irgendwo intelligente Lebensform gibt sind es kann ja nicht sein dass wir die einzigen auf der auf der im Universum sind man muss auch bedenken Intelligenz muss man da wirklich dann zu sein wie wir also man muss schon ja intelligente Lebensformen da sagt man erst dazu dass wenn man schon so weit ist wie zum Beispiel dass man überhaupt Licht machen kann und so finde ich ja um intelligent zu sein muss man auch eine bestimmte Form am Körper haben also man braucht auf jeden Fall was zu greifen was man ganz gut kann und auch zum Gehen also Intelligente braucht man was dafür Außerirdische sind ja nicht jetzt also als Außerirdische beschrieben ist ja jetzt nicht nur gemeint intelligente Lebensform es kann ja auch sein dass irgendwas ist wie zum Beispiel äh Marienkäfer oder so weißt du so klein oder wie eine Ameise ja also Ameisen wenn die sich nicht entwickeln also einmal anders werden dann können sie nie intelligent werden aber irgendwann wird jedes Tier intelligent werden ne ja ich ich meine irgendwann könnte vielleicht nur sprechen oder so vielleicht nicht unsere Sprache aber dafür eine Sprache Philipp bist du gerade so gut oder bin ich schlecht also ich werde besser ja zum dritten Mal den Sprung geschafft so und jetzt springe ich hier nicht durch nein 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 Boah Alter ich würde ich wäre irgendwie jetzt so ein zweiter einfach aber ich will auch nicht ähm mit dem Joker einlösen weil ich weiß dass ich es kann okay also wo ich mir ganz sicher bin dass irgendwelche ganzen kleinen Mini Lebewesen gibt das ist ganz klar ich meine es muss ja nicht irgendwo jetzt hier bei uns sein das kann ja irgendein ganz wo anders sein in irgendeiner anders es gibt nämlich einen Planeten der besteht zu 100% aus Wasser ne nicht zu 100% doch 100% aus Wasser gibt es auch ja es gibt einen Planeten der hat 21% besteht nur aus Wasser also Oberfläche nur aus Wasser und hat ein Meer mit 20 Kilometer also da geht es 20 Kilometer unter nicht 100% und da unten könnte es Lebewesen geben das ist auch ganz gut ich meine es könnten ja auch Fische sein die sich irgendwann zu Flugfähigen Viechern äh den sie können mit dem können ja ist es jetzt aufs Arsch EFM oder was nee glaubst du ein Autoschild Autosäglicher heißt das eigentlich ist die Frage eigentlich ja also ich bin und schon der Meinung dass es außerirdische geben könnte was ist die Frage des Tages die Frage des Tages ist was kannst du nur schwer aufhören wenn du das angefangen hast was die Frage des Tages ist was kannst du nur schwer aufhören wenn du das angefangen hast also rauchen nicht tue ich nicht was ich schwer aufhören kann wenn ich das mal angefangen habe Waveboard fahren das hat ich habe das WVV seit zwei Jahren und da hat mich eigentlich kaum interessiert und jetzt ist das eigentlich richtig cool Philipp Torf Carmen die Welt ich versuche wir schaffen die sie warten ich würde sagen wir legen jetzt eine Pause ein weil ich jetzt kurz weg muss okay ich gebe Inventory oder ich bin so dumm gut Philipp dann legen wir hier eine Pause ein und dann warten wir weiter okay ja ich warte noch warte ich bin gleich eh da das werde ich noch schaffen na du ach du bist eh schon da das geht ja mit links ja nur das eine schaffe ich jetzt nicht mehr das schaffe ich noch ja gut dann komm noch schnell weil das ist easy da das ist wirklich einfach aber du hast nicht geguckt dass ich da irgendwas gemacht habe oder ja ich hab den holzbrück das ist ja gerade kommen Jolo wenn wir wenn man es wirklich nicht schafft muss man kann man gucken dass man da irgendwas mit was man abruhen kann das man schafft okay also wenn man es wirklich nach richtig langer Zeit nicht schafft nein ich will das wieder haben scheiße ich will es wieder Mami warte hier bin ich runtergefallen alter das ist ja echt easy peasy nein ich krieg das boah hei nein noch ein bisschen weiter nach rechts okay alter das ist wiederum wieder so was schweres weißt du dann ist die Leiter da hinten das Hirn ist noch leicht was machst du denn? woher ist die Leiter hingefallen? scheiße du hast ein Leiter? ja theoretisch könnte man nochmal zurückgehen und äh holz holen aber mach ich jetzt mal nicht nein so ein bisschen scharf ist locker das weiß ich ungefähr wo die ist die ist hier jetzt hier Leute ich hab's geschafft ich hab's geschafft hier haben wir doch nichts ja guck mal wo ich bin ja da war ich auch schon ja da war ich auch schon das ne leiter das ist das alt bitte? nee dir ja nee dir bitte komm her und wenn ich es nicht schaffe ja ach vergisst das ähm war die Leiter hier wichtig? nee war nicht äh nein nein yes boah arsch ja ich hab die Leiter also bis dahin muss man's schaffen Alter 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 sei jetzt zu geil ich werd das nicht voll erschrocken nee fuck das kann man nicht auf Eis setzen scheiße ok Philipp machen wir einen Cut ja und tschau gut tschau mit fuh er hat noch ne Melone Annette gehe das ist es ja das ist das das